Die ProSea 3400 ist eine pneumatische Maschine und benötigt einen Druckluftanschluss mit 6-7 Bar. Die Niete wird in die Maschine eingeführt und durch ein erzeugtes Vakuum wird das Herausfallen verhindert. Es können Nietgrößen zwischen 3,2 und 6,4 mm versetzt werden. Hierfür muss nur das Mundstück getauscht werden und nicht zusätzlich die Klemmbacken. Die Niete in die Bohrung einführen und den Starttaster betätigen. Der Restton wird durch die Maschine in den Auffangbehälter durch Unterdruck abtransportiert. Dieser sollte nach ca. 50 Vernietungen entleert werden. Die Maschine ist wieder einsatzbereit und der nächste Niet kann gesetzt werden. Wenn eine andere Nietgröße verarbeitet werden soll, muss das Mundstück gewechselt werden. Hierzu den Starttaster der Maschine drücken und halten. Dadurch fahren die Klemmbacken zurück und das Mundstück kann zuerst mit einem Schlüssel gelöst und danach per Hand herausgedreht werden. Weiterhin den Starttaster drücken und das neue Mundstück aufdrehen und mit einem Schlüssel fixieren. Zuletzt den Starttaster lösen. Nun kann der neue Niet mit einem anderen Durchmesser in ein Blech gesetzt werden. Die Ansaugvorrichtung ist aktiv und der Nietprozess wird gestartet. Nach Beendigung des Prozesses wird der Nietton abgeführt und die Maschine ist erneut einsatzbereit.